Herzlich willkommen zu Neues aus der Unendlichkeit Kompakt, Leben im All, Einschläge, Motor der Evolution. Es war am 30. Juni 1908, als im fernen Sibirien in Tunguska ein gewaltiger Feuerball aufleuchtete. Man wusste nicht genau, was passiert war, aber es war rund um die Welt herum zu bemerken, dass dort eine gewaltige Explosion stattgefunden hat. Erst 21 Jahre später ist man an die Unglücksstelle gekommen, man hat aber keinen Einschlagskrater gefunden. Es hat nahegelegen, einen Einschlag zu vermuten. Was man aber fand, war im großen Umfeld verbrannte und umgestürzte Bäume. Es gab eine gewaltige Explosion in der Luft. Die naheliegendste Erklärung ist, dass es ein Kometenkern war, ein schmutziger Schneeball, vielleicht 100 Meter groß, der in großer Höhe explodiert ist. Er ist dabei vollkommen verdampft und es gab eine gewaltige Explosion. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es ein Eisenstück gewesen ist, dann deutlich kleiner und der ist gar nicht eingeschlagen auf die Erde, sondern durch die Atmosphäre hindurch geflogen, hat die Erde praktisch tangiert und ist dann ins Weltall weiter geflogen und als er mit riesiger Geschwindigkeit in die Atmosphäre eindrang, soll es diese Explosion gegeben haben, die aber der Himmelskörper selbst überstanden hat und dann weiter geflogen ist. Hier ist ein solcher Eisenmeteorit tatsächlich eingeschlagen und zwar vor etwa 50.000 Jahren. Er dürfte etwa so groß gewesen sein wie unser Wasserturm, in dem das Planetarium untergebracht ist. 50 Meter im Durchmesser groß. Mit der Wucht einer Atombombe ist er eingeschlagen. Der Krater ist immerhin 180 Meter tief, hat einen Durchmesser von 1200 Meter. Dieser Behringer Krater ist sozusagen ein Vorzeigeobjekt, einer der schönsten Krater bei uns auf der Erde und deshalb muss man auch Eintritt zahlen, wenn man dorthin möchte. Der größte Teil des Einschlangen Himmelskörpers ist tatsächlich bei dem Einschlag verdampft. Es sind nur einige kleinere Reste nachgeblieben und da wissen wir tatsächlich, es ist ein Eisenmeteorit gewesen, also ein reines Stück Metall aus Eisen mit einer Beimischung von Nickel. Es gibt nicht so viele Krater bei uns auf der Erde. Durch die Verwitterung verschwinden sie relativ schnell wieder und viele fallen ja auch ins Meer, wo wir dann überhaupt keine Überreste mehr finden können. In den Wüsten, da haben wir eine bessere Chance noch welche nachzuweisen. Hier zum Beispiel der Rote Kamm in Namibia, immerhin schon 3,7 Millionen Jahre alt. 130 Meter tief, Durchmesser zweieinhalb Kilometer. Allerdings 100 Meter Sand liegen auf diesem Krater drauf. Je länger weit man in die Vergangenheit geht, desto schwieriger ist es hier noch nachzuweisen. Hier ein sehr großer Krater, entstanden vor über 140 Millionen Jahren. Der war mal 22 Kilometer groß, aber den Kraterrand kann man kaum noch zu erkennen. Das einzige, was man noch ganz gut sehen kann, ist der mittlere Teil der Zentralberg, hat immerhin noch einen Durchmesser von fast fünf Kilometern und ragt 150 Meter auf. In Deutschland besitzen wir auch einen Schlagskrater, am berühmtesten wohl das Nördlinger Ries, vor 14,6 Millionen Jahren entstanden. Der Brocken, der dort einflug, muss so um 1,5 Kilometer groß gewesen sein. Und dann entstand dieses Nördlinger Ries mit einem Durchmesser von 20 Kilometern. Und überhaupt, die Erde ist ja entstanden durch Zusammenballung von Brocken. Und als die junge Erde von einem etwa maßgroßen Himmelskörper getroffen wurde, da wurde ein beträchtlicher Teil des Erdmantels in das Weltall herausgeworfen. Und aus einem Teil davon hat sich dann unser Mond gebildet. Der Mond, der ganz wichtig sein dürfte, auch für die Entstehung des Lebens, durch die Gezeitenwirkung. Und der Mond also aus der Erde herausgeschlagen durch eine gewaltige frühe Kollision. Hier haben wir einen Blick auf die frühe Erde, den frühen Mond. Da sehen wir im Hintergrund einen Vulkan. Wir sehen eine lavaüberflutete Landschaft. Die Erde war noch sehr heiß, genau wie der Mond. Und es gab immer wieder gewaltige Einschläge. Langsam nahmen die Einschläge ab. Langsam konnte die Erde sich abkühlen und es bildeten sich die ersten Ozeane. Aber ganz ruhig war die Erde noch nicht. Es gab auch immer wieder große Einschläge, vielleicht sogar bis zu 1000 Kilometer große Brocken, aber viele im Bereich von 100 Kilometern Durchmesser. Diese Einschläge waren so heftig, dass sie vermutlich alle Ozeane auf der Erde dann wieder verdampft haben. Und dann mussten sich neue Ozeane bilden. Für die erste Entstehung des Lebens natürlich sehr ungünstige Umstände. Hier sehen wir, dass man solche Einschläge auf den Mond noch heute erkennen kann. Das ist nämlich das Mondgesicht mit den dunklen Flecken. Als der Mond noch jung war, so vor vier Milliarden Jahren, war sein Inneres noch flüssig und die Kruste war relativ dünn. Und damals sind eben 100 Kilometer große Brocken aufgeschlagen. Die Krater, die wir auf der Erde gar nicht mehr finden können, auf dem Mond sind sie noch zu erkennen. Denn diese gewaltigen Einschläge haben die damals dünne Mondkruste des Mondes durchschlagen. Heiße Lava ist nach außen gequollen und die erkaltete Lava ist dann viel dunkler als das umliegende Material. Das sind diese dunklen Flecken, die wir schon mit bloßem Auge auf den Mond sehen können. Sie werden nicht verwittert. Der Mond hat keine Atmosphäre, genauso wie der Merkur. Es gibt auch keine Kontinentaldrift. Und so kann man diese Krater auch nach Milliarden Jahren noch gut erkennen. Hier übrigens dieses Bild von Merkur. Da könnte man auch schummeln und sagen, das sei die Rückseite des Mondes. Mond und Merkur sehen praktisch identisch aus. Vollkommen kraterüberseht. Aber selbst beim Riesenplaneten Jupiter konnte man nachweisen, dass es im jungen Sonnensystem auch dort einen gewaltigen Einschlag gegeben hat. Es war die Raumsonde Juno, die Hinweise darauf gefunden hat. Denn es gibt keine strikte Grenze zwischen Kern und Hülle bei Jupiter, wie man es eigentlich erwartet hatte. In der Hülle gibt es auch schwere Elemente, die eigentlich alle im Inneren sein sollten. Und daraus hat man geschlossen. Es muss beim frühen Jupiter einen Einschlag gegeben haben mit einem erdgroßen Körper mit zehn Erdmassen. Also sogar ein bisschen größer als unsere Erde. Ein wirklich gewaltiger Einschlag. Und die Folgen davon kann man heute im Inneren von Jupiter noch nachweisen. Das frühe Sonnensystem war ein sehr dynamischer Ort. Es gab also immer wieder Einschläge. Aber diese Einschläge haben auch sehr Nützliches auf die Erde gebracht. Zum Beispiel Wasser. Bei einem solchen Asteroiden, 500 Meter Durchmesser, Bennu, da würde man gar nicht glauben, dass dieser Gesteinsbrocken Wasser transportieren kann. Aber es gibt da zum Beispiel Kristallwasser. Und einige dieser Meteoriten, die haben bis zu zehn Prozent Wasser. Und die können eben sehr groß sein. Daher 500 Meter groß. Und es gab ja bei der frühen Erde Einschläge wie auf dem Mond von Brocken, die über 100 Kilometer Durchmesser hatte. Nicht so groß werden die Kometen. Ein Komet ist typischerweise viel mehr Schein als sein. Hier sehen wir Meck Nord. Leider war er nur von der Südhalbkugel 2007 so prächtig zu beobachten. Aber eigentlich sind Kometen viel kleiner. Typischerweise einige Kilometer groß. Hier Tujumov-Gerasimenko, fotografiert von Rosetta. Die bestehen aus Wassereis zum großen Teil. Aber dieses Wasser ist nicht so zusammengesetzt wie das Wasser, das wir bei uns auf der Erde haben. Sondern das gleicht dem Wasser in Meteoriten, in Asteroiden. Da kommt das Wasser bei uns hauptsächlich her und nicht von Kometen. Wir verdanken den Kometen aber andere Zusatzteile für das Leben. Und zwar hat das die Raumsonde Stardas gefunden, als sie den Kometen Wild 2 besucht im Jahre 2004. Hier ist mal ein Foto von diesem Kometen, etwa zweieinhalb Kilometer groß. Er war noch weit von der Sonne weg. Es gab also noch keine starken Ausströmungen, noch kein Koma, noch keine schöne Kometenkern und Kometenschweif. Aber was man sehr schön sehen konnte, man konnte da was einfangen. Man ist dicht vorbeigeflogen und hatte so eine Art Catcher mit einer geligen Masse. Und man hoffte, dass dort vielleicht ganz kleine Bruchstücke des Kometen sich einfangen ließen. Das Ganze hat man dann wieder auf die Erde zurückgeworfen, diese Rückkehrkapsel. Und hat Glück gehabt, da waren tatsächlich Staubteilchen von Kometen Wild 2 drin. Sehr klein, zwei Mikrometer groß. Aber es hat ausgereicht, um nachzuweisen, dass dort zum Beispiel die Aminosäure Glycin enthalten ist. Glycin, ein wichtiger Baustoff für das Leben. Auch Phosphor ist offensichtlich mit den Kometen zur Erde gelang. Phosphor, ein wichtiger Baustein des Lebens, kommt aber unter normalen Umständen auf der Erde kaum vor. Vermutlich ist Phosphor in großen Mengen von Kometen zur Erde gebracht worden. Also die Bausteine des Lebens, die sind tatsächlich durch Einschläge zur Erde transportiert worden, durch Asteroiden, durch Kometen. Das sehen wir uns einmal so von den letzten 500 Millionen Jahren. Viel weiter zurück hat man dann keine guten Informationen mehr an, wie sich zum Beispiel die Temperatur auf der Erde verhalten hat. Und da sehen wir, sie ist nicht gleich geblieben, sondern es gab immer gewaltige Schwankungen. Es gab Kaltzeiten, sogar noch ein bisschen kälter als heutzutage. Es gab aber auch Warmzeiten, wo die Temperatur über 20 Grad höher lag als heutzutage. Und genau bei diesen starken Temperatursprüngen, das kann man sich gut vorstellen, eine echte Stresssituation für das Leben, da gab es gewaltige Aussterbeereignisse. Der höchste Peak, so bei 250, das ist 250 Millionen Jahre in der Vergangenheit, über 50 Prozent aller Lebensformen auf der Erde sind damals ausgestorben. Es ist klar, dass die Lebensformen auf der Erde sich ändern, da sterben einige Arten aus, andere entstehen neu. Aber es passierte nicht gleichmäßig, sondern extrem sprunghaft. Sehen wir uns einige Zeitalter des Lebens einmal an. Wenn man zum Beispiel vor 540 Millionen Jahren auf der Erde gewesen wäre, dann wären die Kontinente anders verteilt gewesen, aber vor allen Dingen die Lebensformen. Es waren die ersten Vielzeller, die ersten einfachen tierischen Lebensformen. Sie waren noch fest am Meeresboden verankert. Alles fand bis zu dem Zeitpunkt nur im Meer statt. Die Kontinente ganz anders verteilt. Vor 540 Millionen Jahren könnte sich Gondwana, hat sich das abgespalten, und zwar Lorenzia. Das könnte der Grund gewesen sein, dass sich die Bedingungen auf der Erde verändert haben für das Leben. Die Kontinentaldrift, wie die Kontinente angeordnet sind, das kann immer eine wichtige Grundlage gewesen sein, welche Lebensformen sich erhalten konnten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass damals das Magnetfeld der Erde sich sehr stark änderte. Sehr viel schwächer wurde, vielleicht für einige Zeit ganz ausfiel. Und dann sind wir nicht mehr geschützt vor dem Sonnenwind. Eine Teilchenstrahlung von der Sonne, die das Erbmaterial schädigen kann. Dadurch wird dann die Rate der Evolution enorm in die Höhe getrieben. Es gibt dann sehr viele Änderungen in Erbmaterial. Und viele Lebensformen sind ausgestorben. Die meisten aus dem Edikaria haben das nicht überlebt. Dafür gab es eine Artenexplosion, die Artenexplosion im Cambrium. Auch hier viele Lebensformen, die wir heutzutage überhaupt nicht mehr kennen. Und dann vor 444 Millionen Jahren, da gab es, wie häufig in der Erdgeschichte, lang anhaltende Vulkanausbrüche. Nicht ein einfacher Vulkan, sondern über Jahrtausende, über Jahrzehntausende ist immer wieder Lava ausgebrochen. Es waren über riesige Flächen verteilt. Es war kein spitzer Vulkan, wie wir erwarten, sondern riesige Landstriche sind überflutet worden. Und ein solcher gewaltiger Vulkanausbruch fand statt beim Übergang vom Cambrium zum Ordovizium. Wieder eine vollkommen andere Lebensform, die bis vor etwa 444 Millionen Jahren andauerte. Dann im Devon, da konnten tatsächlich die ersten Lebensformen auch die Erdoberfläche erreichen, konnten die Kontinente erobern. Die Pflanzen gab es schon, aber dann folgten auch die ersten Tiere. Bis vor 360 Millionen Jahren. Und dann gab es, aller Wahrscheinlichkeit nach, eine nahe Supernova. Und die könnte Auslöser sein für das nächste Aussterbenereignis auf der Erde, das sogenannte Hangenbergereignis. Das Ganze ist genannt nach einer Schiefersedimente beim Hangenberg. Und dort konnte man dann besonders gut nachweisen, was damals passiert sein muss. Erneut haben sich die Lebensformen auf der Erde vollkommen gewandelt. Es kamen jetzt Riesenfarme im Karbon. Die Zeit, wo die Steinkohle sich gebildet hat. Und auch die Atmosphäre der Erde hat sich immer wieder sehr stark gewandelt. Damals war der Sauerstoffgehalt 35 Prozent hoch. Heute sind es 21 Prozent. Und damals konnten so libellenartige Insekten mit einer Spannweite von 70 Zentimeter durch die Luft fliegen. Ziemlich horrende Vorstellung. Eine typische Szene aus dem Perm. Es gab da also schon durchaus Reptilien. Aber so vor 225 Millionen Jahren, da hat dann wieder ein großer Brocken die Erde getroffen. Das mag auch vorher schon häufiger passiert sein. Aber wenn das Ganze ins Meer fällt, der größte Teil der Erde wird ja durch Ozeane gebildet, gibt es da eben überhaupt keine Relikte mehr von. Sodass wir von den meisten Einschlägen gar nichts wissen werden. Aber hier hat sich ein Krater gehalten. Und zwar in der heutigen Antarktis. Er ist etwa 250 Millionen Jahre alt und hat den gewaltigen Durchmesser von 500 Kilometern. Als der eingeschlagen ist, als dieser Krater entstanden ist, da müssen gewaltige Erschütterungen durch die gesamte Erde gelaufen sein. Es muss enorme Erdbeben gegeben haben. Und das führte dazu, dass in dieser Zeit wahrscheinlich verursacht durch diesen Einschlag im heutigen Sibirien wieder ein super Vulkanausbruch stattfand. Wieder über Jahrzehntausende. Die meisten Lebensformen an der Perm-Trias-Grenze haben das nicht überlebt. Es wurden giftige Gase in die Atmosphäre gepustet. Die Temperatur änderte sich sehr stark. Die Meere versauerten. Teilweise im Meer haben 95 Prozent aller Arten das nicht überstanden. Das wahrscheinlich heftigste Aussterbereignis bei uns auf der Erde. Die Dinosaurier haben davon eindeutig profitiert. Sie haben dann für über 100 Millionen Jahren das Leben auf der Erde beherrscht. Bis der nächste Einschlag kam, vor 65 Millionen Jahren. Das war vor der Küste von Yucatan, dem heutigen Yucatan. Dieser Krater, der hatte immerhin einen Durchmesser von etwa 150 Kilometern. Genau weiß man das nicht. Man kann das Ganze nur mit Hilfe von Schwerkraftanomalien abschätzen. Dürfte etwa 20 Kilometer tief gewesen sein. Und nicht nur dieser Einschlag selbst hatte katastrophale Folgen. Ein nuklearer Winter da folgte. Anschließend gab es auch sehr viele giftige Gase. Es gab aber auch wieder diese gewaltigen Erschütterungen. Und in der Folge ist dann wohl der Dekantrap-Vulkanismus in Indien ausgebrochen. Auch das dauerte wieder Jahrzehnte. Die Dinosaurier sind ausgestorben. Nicht ganz alle. Einige haben überlebt. Unsere Vögel stammen ja von den Dinosauriern ab. Aber Sie selbst haben vielleicht schon mal eine ganz kleine kosmische Kollision beobachtet. Und zwar dann, wenn Sie eine Sternschnuppe gesehen haben. Hier haben wir eine sehr helle Sternschnuppe. So eine typische Sternschnuppe wird ausgelöst durch ein kleines Steinchen, das nicht größer ist als ein Sandkorn, aber mit einigen tausend Kilometern pro Sekunde in die Atmosphäre hineintaucht, dabei verglüht und die Luft in einem Schlauch zum Leuchten bringt. Ist der Brocken etwas größer, vielleicht so groß wie ein Apfel oder wie ein Fußball, ist die Leuchterscheinung viel interessanter. Man spricht von einer Feuerkugel. Und während eine Sternschnuppe nur für Sekundenbruchteile zu sehen ist, kann man eine Feuerkugel für einige Sekunden sehen. Da lohnt es sich also zu sagen, guck mal dort und hat Zeit sich umzudrehen und kann sie noch erblicken. Häufig zerplatzen diese Feuerkugeln dann am Ende. Sie können in allen möglichen Farben aufleuchten. Sehr schöner Anblick. Allerdings recht selten. In einem normalen Leben hat man vielleicht einmal das Glück, dass nur eine Feuerkugel erblickt. Wenn man häufiger zum Himmel guckt, dann kann man vielleicht etwas häufiger welche sehen. Aber im Vergleich zu Sternschnuppen sind sie schon ausgesprochen selten. Eine solche Feuerkugel, die leuchtete über Bremen auf am 12. September 2019. Der Brocken war immerhin rund zwei Meter groß, zehn Tonnen schwer. Er ist einer gewaltigen Explosion vergangen. Die Explosion so 0,5 bis eine Kiloton entsprechend TNT. Bei Hiroshima hatte man eine Explosionskraft von 13 Kilotonnen TNT gehabt. Also das ist immerhin schon so wie eine schwache Atombombe. Es sind sogar kleine Reste von diesen Brocken auf die Erde gefallen. Dieser hier nur etwas größer als ein Zentimeter, mit einer schönen Kruste überzogen, Schmelzkruste, weil er ja sehr stark erhitzt wird, wenn er durch die Atmosphäre fliegt. Der Flensburg Meteorit. Häufig sind das sehr bröselige Brocken, die ankommen und dann zerplatzen sie in viele Einzelteile. Am 15. Februar 2013 wiederum über Russland, Schelgabinsk, dort gab es eine Feuerkugel, die extrem hell war. Sie hat auch eine Rauchspur hinterlassen, die wir hier sehen. Und immerhin ist dieser Brocken nicht so hell gewesen, nur wie der Mond, wie der Vollmond. Das ist bei einer normalen Feuerkugel häufig der Fall. Sie war sogar heller als die Sonne. Sie dürfte etwa 20 Meter groß gewesen sein, brachen 30 Kilometern höher auseinander in einer Explosion, die immerhin schon 500 Kiloton TNT entspricht. Also viel stärker als die Atombombe über Hiroshima. Und durch diese Druckwelle sind etwa 1500 Personen verletzt worden. Vor allen Dingen durch Fenster, die zersplitterten. Und durch die umherfliegenden kleinen Splitter sind dann viele Menschen verletzt worden. Das ist der größte Einschlag nach Tunguska. Und was dort einschlägt, das können eben entweder kohlige Chondrite sein, sehr zerbrechlich. So etwas wäre zum Beispiel auch vielleicht in Tunguska möglich gewesen, wenn das ein ganz, ganz bröseliger Brocken gewesen wäre. Dann wäre er wohl auch vollkommen zerplatzt. Oder es kann ein Eisenmieturid sein, wie eben damals bei dem Beringer Krater, wo dann zwar ein großer Teil verdampft, aber wo auch solche Teile nachgeblieben sind. Der Asteroid Benno, den haben wir schon gesehen. Und der ist für uns tatsächlich ganz interessant. Denn es gibt natürlich solche Brocken, die die Erde treffen können. Und auf der sogenannten Palermo-Skala hat er den zweithöchsten Wert. Dass er uns trifft, und zwar am 25. September 2135, da liegt der Wahrscheinlichkeit bei 0,04 Prozent. Wir sehen, die Wahrscheinlichkeit ist ja gering, aber 500 Millimeter groß, das wäre schon recht unangenehm. Und das ist der zweithöchste Wert, den man bisher hat. Dass mit Sicherheit uns einen Brocken trifft, ist zurzeit auszuschließen. Aber mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, wenn man weit vorausgeht, könnte er schon sein. Und wir haben einen Segen noch nicht am eigenen Leib erlebt, was passiert, wenn ein wirklich großer Brocken uns trifft. Aber die Astronomen konnten das beobachten beim Riesenplaneten Jupiter. Und es war der Komet Schumacher-Levy 9. Der ist 1994 dicht an Jupiter vorbeigeflogen. Durch die Gezeitenkraft ist er zerrissen in viele einzelne Bruchstücke, die immer so ein paar Kilometer groß waren. Und die sind dann nach und nach auf Jupiter eingeschlagen. Hier eine Zeichnung. Natürlich gibt es keinen Krater, der Jupiter hat keine feste Oberfläche. Die sind mit großer Wucht in die Atmosphäre hineingeflogen und dann schließlich zerplatzt in einer gewaltigen Explosion. Diese Explosion konnte man beobachten. Hier ein Trümmerstück, was gerade einschlägt, auf der dunklen Nachtseite von Jupiter. Das konnte man von der Erde aus gar nicht direkt sehen, weil das quasi auf der Rückseite von Jupiter passierte. Hier hat das die Raumsonde Galileo aufgenommen. Die war nämlich gerade auf dem Weg zum Jupiter, immer noch und 240 Millionen Kilometer entfernt. Aber sie stand so schräg seitlich neben Jupiter. Nicht auf der Sichtlinie von uns zum Jupiter, sondern mehr daneben. Und sie konnte einen Blick auf die Rückseite erhaschen und konnte so einen Einschlag direkt beobachten. Dann dreht sich der Jupiter. Bei dem Einschlag wird sehr viel Wärme frei. Und in der Wärmestrahlung konnte man das dann auch sehen, nachdem Jupiter sich so ein bisschen gedreht hatte, dass wir direkt diese frische Einschlagstelle sehen konnten. Die anderen Einschlagstellen, wo die Einschläge schon etwas zurück lagen, sieht man immer noch unten hell leuchten. Im Ultravioletten konnte das ebenfalls Hubble beobachten. Es wurde nämlich sehr viel Material herausgeworfen, sehr viel Staub herausgeworfen über die Wolken des Jupiters. Und diese Wolken konnte man zum Beispiel im Ultravioletten gut sehen, aber auch im sichtbaren Bereich. Und selbst mit einem einfachen Amateurfernrohr konnte man diese Wolken einige Zeit beobachten. Nun, wie häufig passiert so etwas? Das hängt davon ab, wie groß die Objekte sind. Das sind auch nur ganz grobe Schätzungen. Ein Ereignis wie Tunguska, dass ein Brocken etwa 100 Meter groß ist, dürfte alle 100 bis 500 Jahre einmal passieren. Das Nördlinger Ries, da war der Brocken um ein Kilometer groß, da ein bisschen größer, aber nehmen wir mal so um ein Kilometer Größe. Das dürfte alle paar Millionen Jahren einmal passieren. Und so etwas wie der Dino-Killer, etwa 10 Kilometer groß, das dürfte einmal in 100 Millionen Jahren etwa passieren. Es ist also sehr selten, dass es passiert, aber es ist sicher, es wird wieder passieren. Die Frage ist nur, wann und wo? Und da ist es natürlich wichtig, kann man sowas vielleicht vorhersagen und vor allen Dingen kann man sich dagegen wehren. Damit wollen wir uns das nächste Mal beschäftigen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.